Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, ich habe die Augen zu und es gibt eine Nasenüberraschung und ich werde angetippt, das bedeutet Augen auf. Und das ist, das ist jetzt PimpMyGun und zwar in den letzten zwei Folgen habt ihr PimpMyAirsoft gesehen. Das ist jetzt sozusagen die etwas hübschere, etwas neuere Version von Dr. Noob. Stand 2017, das dürfte nicht stimmen, das hier ist so von 2008, 2009, 2010 in etwa. Das ist wieder ein Wir-Basteln-Sachen-Baukassen, wo man Bilder durch die Gegend schiebt. So, wir gucken uns mal an und zwar kann man hier eine Custom-Web machen, man kann aber auch starten, zum Beispiel mit einer AK-47. FN-Ska-H und Skael waren damals relativ populär. Dann haben wir HK-33 und 53. 53 dürfte bekannt sein, unter anderem aus Jagged Alliance. Und aus der Battlefield-Serie und zwar gab es damals in Battlefield 2 und Battlefield 3 nicht die MP5, wie man die sonst kennt, sondern sozusagen die etwas dickere Version der MP5, welche HK-35 heißt, weswegen die damals auch oft mit der MP5 verwechselt wurde. So, dann haben wir die HK-416, damals extrem populär. Und dann haben wir hier G3-SAS, aka das Gewehr der deutschen Einheit, Meme, wer das noch kennt. Dann haben wir ja G3-A3 und G3-A4. G36, allerdings nur als C- und K-Version. Dann haben wir hier L85-A2, das heißt angeblich die verbesserte Version, welche durch Heckler & Koch verbessert wurde. Allerdings sehe ich nicht den tränenförmigen Verschlussspannhebel, was mich etwas misstrauisch macht. Und das kleine Cutesy davon, also die Karabiner-Version. So, M4-Klassiker, M4-1-Klassik und Sobmod. M14, M16 als A1-Version. Komischerweise hat hier die A1-Version allerdings den 3-Pronk-Flash-Hider und nicht den Birdcage. Eigentlich müssten die A1 den Birdcage-Flash-Hider haben. A2 und A4. So, dann gehen wir mal weiter. SIG. SIG 553. SIG 556 war damals auch sehr populär. Hört man heute weniger von. Die gab es unter anderem in Jagged Alliance und war da eine der allerbesten Waffen im Endgame. Genau, die hatten eine Präzision von 6 und das war damals richtig gut für Waffen eingerichtet für 556. Steier Auk in A1 und A2. Stimmt, genau. A1 ist Visier, A2 ist Rails-Schiene und A3 ist Rails-Schiene direkt auf dem Gold. Das haben damals auch unglaublich viele verwechselt. Die haben dann immer diese Auk A2, irgendeine Auk mit Rails-Schiene mal als Auk A3 bezeichnet. Irgendwie im Airsoft und so weiter. Obwohl, das stimmt nicht. Wenn du halt hier durchgucken kannst, dann ist es eine A2 und keine A3. Tau. XM8, wie gesagt, schon im letzten Video. Unglaublich populär. Damals hier diese drei Versionen. Also Kompakt, Carbon, Automatic Rifle. So, achso, ich muss... Uah, ich bin zu weit. Hier muss ich draufklicken. Der springt aber weit. M249. Pistolen. Genau, hier gab es dann das erste Mal relativ viele Pistolen auch. Der gute Cop-Killer mit dabei. Hacker, Mark 23, USP, Diegel, SIG-P248 und Revolver. Genau mit den Revolver habe ich damals richtig viel Müll gemacht. Übrigens, ich packe hier mal einen Link rein. Also ich packe unten in die Videobeschreibung einen Link rein. Zu meinem Forum, wo wir damals dann die gepimpten Sachen gesammelt haben. Hier haben wir noch Schotflinten, die kennen wir ja bereits. Benelli M4, dann noch Spaß und Mossberg. Bison, hier die Maschinenpistolen. Hier gibt es dann auch eine MP5. UMP. Oh, MP40 war dabei. Nice. TDI Chris Super V. Und zwar, das Ding hat damals ständig den Namen gewechselt. Wir haben ja gesehen, bei PimpMyAirsoft war das halt noch die Vector. Jetzt Chris Super V. Thompson M1A1. Ja, ist auch richtig. Die A1-Version hat hier diesen Höcker. Ach, Scharfschützen-Version. MK12 SBR Mod 0. Das ist dieses M16 aufgerüstet zur Scharfschützen-Version. Genau, das hat nämlich den klassischen Schaft und nicht diesen komischen anderen Schaft, den ich in der letzten Folge PimpMyAirsoft referiert habe. So, kommen wir weiter. M27, Vintoretz und Walter. Wir machen uns allerdings eine eigene Waffe. So, Custom Weapon, PimpMyGun. So, was haben wir? Hier haben wir jetzt ein freies Feld. Das sieht ein bisschen anders aus. Kann ich das größer machen irgendwie? Ach nee, hier kann ich das dann als Bild speichern und hier mache ich irgendwas. Oh, es fängt natürlich mit dem Wichtigsten an. Bypods, ESC, das sind Schulterauflagen. Das sind eine ganze Menge Flashhider. Was haben wir denn hier? Beziehungsweise, das hier ist offensichtlich eine Mündungsbremse. Das ist ein Halbschalldämpfer. Das ist ein Kompensator. Kann man daran erkennen, Kompensator leitet die Mündungsgase nach oben und drückt deswegen die Waffe nach unten und deswegen hat man weniger Wander an der Waffe nach oben. Und Mündungsbremse drückt halt die Gase meistens zu den Seiten hin oder verteilt sie. Also die richtige Definition von Mündungsbremse ist einfach, dass halt die Gase davon abgehalten werden, sich nach vorne zu verteilen und dann gleichmäßig irgendwo anders hin verteilt werden. Und meistens ist es halt so, dass es zu den Seiten verteilt werden. Es gibt allerdings bei Mündungsbremse noch den sogenannten Donuts-Type, unter anderem bei der Boys Anti-Tank Rifle und bei der Daschka. Die verteilen die Mündungsgase halt einfach mal komplett überall zu den Seiten hin. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, was ich mir baue. Boah, ich würde mal sagen, ich nehme mal das Ding. Achso, jetzt nicht mehr Doppelklick, sondern jetzt kann man die Sachen ziehen und die bleiben da auch. Und wir haben ein bisschen Optionen. Wir können die Dinger sogar größer und kleiner machen, wenn wir sie größer und kleiner brauchen. Und wir können sie so ein bisschen rotieren, falls wir das brauchen. Dann können wir die Ebene ändern und wir haben immer so ein paar Farben. Das ist meistens Grau, Wüste und Grün. Damals war das auch unglaublich immer beliebt, die Wüstenfarben zu machen. Und wir können sie, genau, wir können jetzt mit den Bildern sehr viel mehr machen. Noch nicht so viel wie in Photoshop, aber schon ein bisschen was. Und wir haben neue Frontgriffe. Allerdings auch nicht so modern. Ich glaube, das hier müsste der Tango Down sein. Das müsste der Knights Armament Company Tango Down in der langen Version sein. Die lange Version ist irgendwann sozusagen ausgestorben. Dann gab es später noch die kurze Version. Unter anderem, das ist das, was man in Tarkov überall in den Kisten findet. Man findet in Tarkov gefühlt nicht so oft wie die ganze Zeit Apfelsaft und Tango Down Frontgriffe. Hier haben wir Laser Lichtmodule. Ich meine der hier. Das müsste der sein, der unter... Ich glaube, das hier war die sozusagen die Vorversion von der Heckler & Koch Mark 23. Und hier haben wir nichts Besonderes. Hier haben wir noch die Packflunder. Und wir haben hier mehr Rail Attachments. Und auch Rail Cover. Und wir haben hier auch schon diese neueren Rail Cover. Aber früher hatte man diese langen, die so ein bisschen sozusagen den Vorderschaft vom M16, M4 imitieren. Ach stimmt, man hatte schon diese Clipse. Die waren cool. Die wollte ich immer damals haben. Das sind so Clipse. Da hat man immer ein oberes Teil und ein unteres Teil. Und die kann man ineinander clippen. Und wenn man ein ganz cooles Kit war, dann hatte man Clips in Schwarz. Sich in Schwarz und Sandfarben gekauft. Dann hat man immer diese Schwarz und Sandfarben ineinander geclipst. Wenn man ein cooles Kit war damals im Airsoft. So, wo waren wir? Rail Cover Sides. Ach, hier haben wir dann so Visiere. Hier ist wieder das Dschungelvisier vom L85. Und hier hat man jetzt das Exportvisier vom G36 und die Visiere von der AUG. Und einfach mal den ganzen Systemkasten von dem M14. Ja, Lul. Systemkasten von dem M14 ist einfach mal Misk. So, brauchen wir noch nicht. Ach, genau. Hier hatte man dann auch so Patronen. Aber man hat hier Patronen, Hülse und Geschoss. Und wenn man ein richtig cooles Kit war im Airsoft, dann hat man das immer so gemacht. Dann hat man hier immer so ein, natürlich mit Hülse, sich noch ein Projektil hier für den Lauf gemacht. Und hier gibt es noch irgendwo Mündungsfeuer, oder? So, Sides. Äh, Sides. So. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen was übersehen. Hier hat man dann Visiere. Das ist ein kleines Doctor-Side. Das gab es dann auch so. Genau. In Modern Warfare 2 gab es irgendwie so ein Doctor-Side, was irgendwie richtig groß... Äh, ich möchte es nicht kippen, ich möchte es größer machen, was groß geworden ist. Das machen wir hier mal. Egal, was unsere Waffe wäre, ich möchte ein fettes Doctor-Side. Dann haben wir hier dieses Site, was im Airsoft damals so um 2005, 2006 sehr populär war. Das hat ein Vollvier. Das war so ein billiges Teil. Da konnte man auch nicht mal irgendwie so... Das konnte man nicht Höhen und Seiten verstellen. Das hat so ein richtig dickes, blendendes Kreuz immer projiziert. Wenn man draußen war, ging das, aber drinnen hat das geblendet wie Sau. Das ist, meine ich, auch eine Kopier von einem Original. Ich meine, das Original ist das Nikon ZM1 oder so. Und dieses Visier gab es dann in Modern Warfare 1, allerdings nur in der Kampagne. Dann ist das hier ein Aimpoint T1. Das ist ein Aimpoint M4, Comp M4. Das ist das kurze und das lange EOTEC. Noch mit den Bedienknöpfen hinten. Noch mit den Batterien längst zum Lauf. Das ist das Mars-Side, das israelische... Äh, Igitt, da ist es wieder. Das ist dieses Multi-Dot. Das hatten damals auch ganz viele. Und zwar, ähm, die richtig... Also die Erstlaufspieler, die überhaupt kein Geld hatten, die hatten das Ding hier. Das kostete damals 10 Euro oder so. Das ließ sich nicht verstellen. Wie gesagt, das war richtig kacke. Und wenn du ein bisschen mehr Geld hattest, ich glaube 30 Euro oder so, dann hast du hier dieses Multi-Dot gekauft. Das war dann schon ein bisschen besser. Aber wie gesagt, das Ding ist militärisch nicht brauchbar, weil es so viele Kanten hat, wo man hängenbleiben kann. Und es schützt seine Linse einfach mal gar nicht. Das gab es damals, das war das Rotpunkt-Visier im Mehrspieler von Modern Warfare 1. Und von Modern Warfare 1 hat sich dieses ekelige Scheißzell dann in alle anderen Spiele verbreitet. Und kam dann überall vor, obwohl es eigentlich militärisch überhaupt komplett unterutlich ist. Das haben die alle von Modern Warfare 1 kopiert. So, das ist das Mepro 21. Das ist das obere Visier vom XM8. Das ist das Elkan. Das ist das Zusatzcope vom L85. Das ist ein richtiges ARCOG diesmal. Das ist ein Magnifier. Genau, damals gab es auch schon so die ersten Magnifier. Das ist ein Short-Dot. No Name, Short-Dot, Short-Dot. Peso 1. Gut. Sound Suppressors. Ähm. Möchte ich keinen haben. Ich möchte gleich ein Mündungsfeuer haben. Da haben wir wieder den von der Knights Armament Company und sonst nichts, was man so erkennen könnte. Der sieht so ein bisschen so aus wie was, was einige im Airsoft hatten. Das war so ein billiger Schallämpfer. Der hat auch so komische eingedrückte Nuten. Der war irgendwie mit Blei gefüllt, damit er schwerer ist. Und der kam mit so einem ganzen Adapter-Set. Ich meine, ich hatte den auch. Ammunition. Genau, Effekt. Hier haben wir jetzt Mündungsfeuer. Und jetzt können wir endlich mal... So, ganz nach unten. Dann haben wir dann hier unser Mündungsfeuer. Und weil wir ein cooles Kid sind, wird natürlich eine ganze Patrone abgeschossen. So muss das. Und hier hat man noch einen Laserstrahl. Shades. Ach, hier hat man Formen. Und diese Formen kann man benutzen, um so ein bisschen zu schneiden. Und zwar, wenn ich mir hier eine Form nehme, kann ich die weiß machen. Irgendwo. Ja, hier kann ich die weiß machen. Ich kann also Sachen so ein bisschen wegschneiden, wie in Photoshop. Brauche ich aber nicht. So, Barrels. Holen wir uns mal so einen klassischen M4-Lauf. Oh, hier gibt es einen AK-74-Lauf. Fertig mit Mündungsbremse dran. So, ich möchte aber... Oder möchte ich so einen klassischen Schrotflintenlauf? Wo ist denn mein M4-Lauf? Ich brauche einen M4-Lauf mit Delle. Ja, hier ist der M4-Lauf. So, haben wir hier unseren M4-Lauf. So, Barrels. Grenade-Landstoss. Haben wir, glaube ich, nur M2... M2-0-3. Ach, wir haben auch den... Ach, wir haben den Heckler- und Koch-Granat. Das Heckler- und Koch-Granat-Gerät. Jetzt verfalle ich schon wieder ein altes Sprachmuster. Und das Granat-Gerät, was zur Scar-Familie gehört. Ich glaube, Granat-Gerät brauche ich nicht unbedingt. Handguards. Hier M4-Handguards. Zweiteilig. Alter M16-Handguard. Oh, Magpul-Handguard hätte ich gern. Das war auch dann die Zeit, wo Magpul dann angefangen hat, selber... Magpul hat ja angefangen, nur diese Laschen für die Magazine herzustellen. Und später hat er dann erst angefangen, wie nennt sich das, Zubehör für die M4-Familie herzustellen. Und dann hat ja Magpul mit der Masada versucht, eine ganz eigene Waffe auf den Markt zu bringen. Hat die aber... Wollte die allerdings nicht selber herstellen, sondern hat die Rechte dann an Remington und Bushmaster verkauft. Und die haben dann die Remington-RCA und die Bushmaster-RCA draus gemacht. Und die haben sich dann aber selber um die Waffe nicht gekümmert. Und so ist aus der Waffe quasi nichts geworden. Leider ist das Ding quasi tot. Ach, hier haben wir... Welche Patronen hätten wir gern? Ich würde mal sagen, wir nehmen mal so ein Standard-Magazin. Und das ist das, was Magpul auch hergestellt hat. Magpul hatte auch so Platten hergestellt, die man dann unten in AR-15-Magazine, also ein Standard-Magazin, einschieben konnte, um die besser greifen zu können. Hier haben wir ganz eine Menge Magazine. Hier Bakalit AK-Magazine, Trommel-Magazin, das Magazin von der P90, das müsste das Bison-Magazin sein. Nicht so ganz so viel Auswahl überall. Leider, aber ich glaube, ich kann das Zenec-Magazin umfärben. Ich fand das mal eine Zeit richtig geil, aber mittlerweile finde ich das richtig hässlich, wenn man so ganz normale Zenec-Magazine hat, die halt sandfarben sind. Und technischerweise müsste das Magazin ja hier sein, wenn jetzt hier der Verschluss kommt, müsste er Sachen ja hier in die Patronenkammer einführen. So müsste das passen. So, Magazines. Pistol-Grips. Haben wir hier AK-Pistol-Grips, Saw-Pistol-Grips. Hier Pistol-Grips mit eingelassenen Nuten. Ich glaube, das hier ist US-Palm. Kann das sein? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, das ist Magpul. Haben die Namen? Vergrößern Einstellungen über Adobe Flash Player. Nee, nee. Ich hatte in Erinnerung, dass man hier Namen hat. Oh, Dragon of Stock. Wir brauchen nur mal nicht Dragon of Stock. So, wir müssen etwa hier. Ach, der ist sowieso Pistolengriffen ein. Nehmen wir halt Dragon of Stock. Kann man den unfärben? Ja, wir wollen einen grünen Dragon of Schaft haben. Receivers. Ach, hier haben wir... Ach, stimmt. Man kann hier die Receiver rausnehmen. Die kann man aber noch zerlegen in Einzelteile. Was haben wir denn hier? Klassischer M4A1 Receiver. Das hier müsste der Hacker... Genau. Das hier ist der HK416 Receiver. Wie gesagt, im anderen... Also in Pimp mal. Erstmal habe ich schon gesagt. Die HK416 hat immer diese Piste. Aber ich glaube, die nehmen wir einfach mal. Stimmt. Ich erinnere mich an was. Und zwar war das damals auch teilweise relativ populär. Und zwar viele Spezialeinheiten im Irak. Damals, die Dev Group, die Development Group, die hatten damals eine Zeit lang, ich meine 2009, eine ganz komische Kombination an Waffe. Und zwar hatten die immer den unteren Receiver von der HK416, weil da die Abzugsgruppe präziser war und sich der Dreischussfeuerstoß, der konnte sich zurückstellen. Das konnten Originale M4 und M16A4 und M16A2 untere Gehäuse nicht. Da stellt sich der Feuerstoß nicht zurück. Ich meine, jetzt können wir das ganze Ding... Degroupen oder so. Wo ist denn hier? Hier gibt es irgendwie so ein Degroup-Feature. Vergrößern, Anzeigen, Qualität, Drucken. Wo ist denn das? Hier ist Color. Hier kann ich das Ganze umfärben. Hier kann ich das hoch und runter. Hier kann ich das horizontal flippen. Ich meine, es gab doch noch... Ist das das hier? Ne, hier mache ich irgendwie alles in die Mitte mit. Irgendwo gab es, dass man das die Groupen konnte und dann konnte man das hier nochmal komplett zerlegen. Ich weiß gerade nicht, wie das geht. Start over. Ne, da fange ich ja von neu an. War das früher mal eine andere Maustaste und heute ist die Funktion kaputt? Ich meine schon. Da kann man sich nämlich auch die ganzen Sachen einziehen. Hier sind dann die Gehäuse von anderen Waffen. Ne, ich glaube, das hier ist ein Reiter für fertige Gehäuse. Und ich meine Receivers, RIS und RAS. Ach, hier hat man diese alten Quadrails. Hier, das ist die Quadrail vom HK4-16. Das sind diese SIVA-Systeme, die es auch in Tarkov gibt. Die Fun... Die... Ne, muss ich nicht unbedingt haben. Das ist das S-System. Ich glaube, da muss ich auch ein eigenes Video zu machen. Das ist das S-System für das M4. Jetzt kommen hier Sachen für das G3. Oh, nice. Dieser Handschutz. Diesen Handschutz habe ich für meine Airsoft-AK. Das war so ein Handschutz, der wurde damals für so ein paar Euro verkauft. Der ist komplett aus Plastik. Und der hat diese Rail-Schiene. Genau den habe ich, obwohl bei mir ist hier die Rail-Schiene so ein bisschen kleiner. Der war damals auch unglaublich populär im Airsoft. Und zwar jeder, der eine Kalaschnikow hatte, hat sich das Ding da dran gebatscht. Weil es einfach ultra günstig war. Wenn du wusstest, wie man damals auf Seiten wie Ebi Airsoft und E-Hobby Asia und sowas bestellt hast. Wrist & Dress. Stocks. Ja, haben wir schon. Hier haben wir nochmal den alten Schaft der AR-15-Karabiner. Gurtaufnahme oben. Hier ist der mit Gurtaufnahme unten, der dann später mit dem M4 kam. Hier sind die ersten Magpull-Schäfte. Und genau, das habe ich nie wieder gesehen. Und zwar an diesem Magpull-Schaft. Hier, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, ob es der... Ich meine, es ist der CTR-Schaft. Und zwar in der CTR-Schaft, der hat ja hier diese zwei Aussparungen. Da kann man so einen Cheek-Riser drin reinklipsen. Aber ich habe diesen Cheek-Riser jetzt seit Jahren nicht mehr gesehen. Das ist der Sobmod-Stock, aka der Crane-Stock. Nicht, weil er von der Firma Crane ist, sondern weil er vom Marienarsenal in Crane entwickelt wurde. Das ist der... Wie hieß der denn nochmal? Das ist der Troy-Stock. Das ist der Schaft vom SL-8, meine ich. Das sind jetzt Schrotflintenschäfte. Beziehungsweise hier der SCAR-Stock und der XM-8-Stock. Schaft, jegliche Ähnlichkeit ist zufällig. Verschiedene MP5-Schäftungen. So, das müsste der... Das ist meine ich der Schaft vom LR-300. Das ist der erste Schaft von der Vektor. Das ist der neue Schaft von der Vektor. Oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr genau. Schaft für die... Schaft für die AKMS. Kalashnikov-Schäfte. Thomson-Shaft. Brauchen wir allerdings alles nicht. Stock Barrels. Ach, all Pistol Parts. Okay, die Pistolen sind hier so ein bisschen abgespalten. Sides. Das bräuchte ich aber einen Receiver. Und einen Receiver müsste ich doch zerlegen können. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man damals... Oder kann man das erst... Stimmt, es gibt ja Pimp My Gun 1 und 2. Ich glaube, ich habe mich vertan. Ich glaube, wir sind in Pimp My Gun 1 und da geht das nicht. Ich glaube, ich habe mich vertan. So, jetzt brauchen wir natürlich, damit die Waffe auch noch irgendwie fertig wird, irgendein Gehäuse. Klingt zu verlockend. So, dann nehmen wir das Ding. Dann nehmen wir uns aber den Schaft und tun den ganz nach oben. Ja, ich würde behaupten, das passt. So, dann tun wir hier unser Magazin rein. Der Lauf muss noch ein bisschen raus, obwohl es ist hier nicht so wichtig, glaube ich. Ach, hier ist noch ein Stück dran. Aber das nehmen wir nicht. Eigentlich müsste man jetzt dieses Stück nehmen, um eine komplette Vektor zu haben. Ich würde aber sagen, das ist fucking langweilig. Na, wir müssen ja nicht übertreiben. Was passt denn da gut rein? Kann man hier mit noch irgendeinen Scheiß machen? Ja, kann man. Sollte man das? Ich finde unbedingt, dass man das sollte. So. So, sieht das doch gut aus. Dann würde ich sagen, dann kommt das Magazin hier rein. Obwohl, ich glaube, mir gefällt das Magazin nicht mehr so ganz so gut. Ach so, einfach wieder nach oben ziehen. Dann gehen wir nach Magazins. Dann nehmen wir unser schönes MP40 Magazin und drehen das ein bisschen. Wozu haben wir die Funktion? Drehen das ein bisschen? Ne, tun das ganz nach unten. Kommt doch sowieso schon eine Pistolenpatrone vorne raus. Von da ab, was soll das? Was wir jetzt noch brauchen ist einen... Ach so, ich habe das falsche Ding ausgewählt. So, ganz nach oben. Jetzt nehmen wir uns den Magpush-Shaft, tun den ganz nach oben. Stülpen den hier drüber. Machen hier den Griff dran. Ich weiß, dass er in der Realität nicht da dran passt. Hier geht aber einiges mit der Realität nicht fit. Sagen wir einfach mal, der kreuz hier einfach mit den Krallen hier in das Ding rein. So, kein Problem. Dann brauchen wir noch... So, das muss natürlich auch nach oben. Unser übertrieben großes Doktor. MW3-Style. Und dann müssen wir irgendwo noch einen Mount haben für unseren Magnifier. RIS und RAS. Also gucken wir mal hier, ob wir noch... Hier finden wir noch was. Und zwar würde ich sagen, wir brauchen hier noch eine Rail drauf. Wo ist denn der Kran? Magazines. Slides. Ach, das sind die Pistol Slides. Gut. Stocks. Reserves. Receiver. Hä? Hier müsste es doch irgendwo noch Mounts geben. Barrels. Raid Lunger. Shapes. Effects. By-Pod ist übrigens... Ach, und eine Wangenauflage möchten wir gerne. Wangenauflage. Eine Edel aus Holz. Wie wäre es denn? Ach, das ist sowieso die Wangenauflage. Die gehört ja sowieso hier drauf. Lull. Ich muss... Ach, hier sind Mounts. Sehr gut. Was machen wir denn mal für einen Mount für unseren Magnifier? Naja. Ich glaube, so viel Auswahl haben wir nicht. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns den hier. Der passt doch schon so schön. Der muss höher. Haben wir einen Razor? Ne, eigentlich ist das hier das Heckler & Koch Claw Mount, aber das ist zweckentfremdlich jetzt einfach mal. So, der muss wieder ganz nach oben. So, es gibt nämlich nichts Ärgerliches, wenn zum Beispiel das Visier hier oben ist und der Magnifier hier unten, dann funktioniert das nämlich alles gar nicht mal so gut. So, das sieht doch schon relativ schick aus. Ich weiß nicht, wie ich es nenne, aber ich will es töten, bevor es Eier legt. Und damit würde ich allerdings auch schon sagen... Ah, Save JPEG. Genau, das kann man hier ein bisschen einfacher speichern als noch in PimEierSoft. Dann würde ich sagen, dann bin ich relativ glücklich, dass ich hier unter 20 Minuten durchgekommen bin. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier eins von meinen Videos gucken, ein anderes Video gucken. Dann würde ich mich noch ganz herzlich über Follower bei Instagram und Twitter freuen. Ja, und außerdem das Algorithmus-Tierchen ist mal wieder am Verhungern. Wie gesagt, es ernährt sich von Kommentaren, Likes und Views. Dann würde ich mich noch mal ganz herzlich fürs Zusehen bedanken und sage bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020